Ja, auch ich darf euch heute von diesem Pult ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du eingeschaltet hast, heute die Bibel zu entdecken und zusammen zu schauen, was in seinem Wort es zu hören gibt. Und mein Thema heute ist Jesus nachfolgen, aber wie? Und bevor ich jetzt so richtig einsteige, möchte ich noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt auch für diesen Sonntag. Und ja, ich danke dir für die Möglichkeit, ja, in deinem Wort was zu entdecken, zu betrachten, dich zu erleben. Ja, Vater, und so möchte ich dich bitten, dass du Gnade schenkst für diesen Sonntag und dass du ihn segnest. Danke dir dafür. Amen. Ich möchte euch zu Beginn in eine kleine Geschichte mit hineinnehmen. Zwar stellt euch vor, es stehen wieder Wahlen an in Deutschland. Und jede Partei, jeder Politiker schreibt so sein eigenes Wahlprogramm auf. Und ein Politiker schreibt auf, dass er die Mehrwertsteuer abschaffen will, dass die Grundnahrungsmittel wie Brot, Wasser, Kartoffeln, Äpfel, dass die kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Es soll viel Geld in Bildung investiert werden und darüber hinaus soll ein anderes und verbessertes Notfallsystem hergestellt werden, sodass es nur noch drei Minuten dauert, bis Notfallärzte an der entsprechenden Stelle angekommen sind. Und als dieser Mann tatsächlich gewählt wird, kommt dann das Beste. Und zwar er setzt das alles um, und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Innerhalb kürzester Zeit hat man keine Mehrwertsteuer mehr, Grundnahrungsmittel sind kostenlos, ein besseres Notfallsystem, bessere Bildung. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Politiker sehr beliebt wäre beim Volk. Und ihr werdet sehen, dass diese Geschichte etwas zu tun hat mit unserem heutigen Predigtext. Unser Predigtext steht in Lukas 9, Vers 10 bis 23. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach, und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes, und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen, und die zwölf traten herzu und sprachen zu ihm, Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und in die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier in einer einsamen Gegend. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und so machten sie es und ließen alle sich setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit diese sie der Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt, und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, und andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ja, wie gesagt, habe ich die Predigt überschrieben mit Jesus nachfolgen, aber wie? Und wir werden uns ja diesen Bibeltext in drei Abschnitten anschauen. Und der erste Abschnitt ist die menschliche Sicht der Nachfolge, also wie die Menschen die Nachfolge verstehen. Der zweite Punkt ist die göttliche Sichtweise, Jesus Ziel auf Erden. Und der dritte Punkt ist die Sichtweise eines echten Nachfolgers. Fangen wir also an mit dem ersten Punkt, die menschliche Sichtweise der Nachfolge. Wir haben hier diese Geschichte mit den 5000 Menschen, die satt werden. Das ist eine riesige Menschenmenge, heutzutage doch gar nicht mehr vorstellbar, gerade in dieser Zeit nicht. Aber probieren wir uns es doch einmal vorzustellen. Und ich habe als Beispiel euch den Deutschen Bundestag mal mitgebracht. Im Fernsehen sieht der ja recht groß aus, aber dort sitzen gerade mal 700 Menschen. Und dann ist mir das Pfingstjugendtreffen in Eidlingen eingefallen. Wer schon mal dort war, der weiß, was dort los ist und wie viele Jugendliche sich dort jedes Jahr eigentlich treffen. Und es sind so ungefähr um die 7000 Leute. Ich habe hier mal zwei alte Bilder herausgekramt, die das mal so ein bisschen verdeutlichen sollen. 5000 Menschen, also eine sehr große Zahl. Sehr viele Nachfolger. Aber sind es auch echte Nachfolger? In welcher Situation befindet sich hier Jesus? Das finde ich, ist die ganz interessante Frage. Mir geht es in diesem Beispiel heute nicht um die fünf Brote, die zwei Fische oder die zwölf Körbe, sondern es geht um die Art und Weise, wie die Menschen auf dieses Wunder reagieren. Wie ging es also den Menschen nach der Speisung der 5000? Alle Menschen waren satt. Keiner brauchte sich mehr, um sein Abendessen Gedanken zu machen. Und nach einem langen Tag, wo man Jesus zugehört hat, seinen Lehren, konnte man sich am Abend mal so richtig den Magen vollschlagen. ein schönes Gefühl. Dann lesen wir in Vers 11 noch von Heilungen. Und die, welche Heilungen brauchten, machte Jesus gesund. Machte er gesund. In Jesu Leben, gerade in den Evangelien, in den Geschichten, die dort aufgeschrieben sind, sehen wir sehr oft, dass Jesus Menschen geheilt hat und, ja, dass er Menschen geheilt hat und so mit den Menschen auch Kontakt hatte. Welchen Luxus doch die Menschen durch Jesus hatten. Überall, wo er hinkam, heilte er die Menschen. Es gab Brot zum Essen. Wasser wird zu Wein. Ja, er kümmert sich um die Armen, um die Witwen, um die Weisen. Er geht zu den Zöllnern jetzt zum Beispiel. Und den Reichen und Frommen, den Pharisäern, denen sagt er mal so richtig die Meinung und sagt, was sie eigentlich gar nicht so fromm sind, wie sie sich selber darstellen. Die Menschenmassen waren Jesus zugesichert. Und die Menschen dachten sich, bei Jesus haben wir Luxus im Überfluss. Mehr Luxus gleich besseres Leben oder erfüllteres Leben. Ich habe am Anfang die kleine Geschichte erzählt mit dem Politiker. Seine Beliebtheit wäre auch hoch angesehen im Volk. Und genauso auch Jesus. Jesus war sehr hoch angesehen im Volk. Und das Interessante ist jetzt, wie die Menschen darauf reagieren. Im Lukas-Evangelium wird das nicht so ganz deutlich. Man muss da zwischen den Zeilen lesen. Aber im Johannes-Evangelium wird es deutlicher und deshalb möchte ich diese Stelle lesen. Das ist Johannes 6, Verse 13 bis 15. Das ist die Parallelstelle von der Speisung der 5000. Und da das Ende davon. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten und denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er alleine. Da haben wir es nun. Die Leute wollen ihn zum König machen. Jesus sollte ihr Brotkönig werden. Sie wollten dieses Level, diesen Zustand, den sie, den Luxus, den sie durch Jesus hatten, wollten sie so lange wie möglich beibehalten, indem sie ihn zum König machen. Und es sollte so ein Geben und Nehmen sein. Wir folgen dir nach und dafür stillst du unsere Bedürfnisse. Damit ist doch jedem geholfen, eine Win-Win-Situation. Aber ich frage mich in dieser Situation, was wäre, wenn Jesus ab diesem Zeitpunkt keine Wunder mehr getan hätte? Wenn es keine Brotvermehrung zum Beispiel gegeben hätte? Oder wenn er keine Menschen mehr gesund gemacht hätte? Würden die Menschen ihm dann noch nachfolgen? Würden sie dann noch zu ihm kommen? Dann zeigt sich nämlich, ob sie echte Nachfolger sind oder nicht. Was hat sich zu der damaligen Situation zu heute verändert? Die Grundbedürfnisse der Menschen sind immer noch gleich geblieben. Essen, trinken und Gesundheit bestimmt unseren Alltag. Ja, falsche Sattmacher gibt es in unserem Leben viele. Der Job, die Karriere, Geld, Sex, Unterhaltung. Und wir Menschen stehen doch in der Versuchung, immer mehr haben zu wollen von diesen falschen Sattmachern. Jedes Jahr muss regelrecht ein Wirtschaftswachstum her. Und das, was heute noch aktuell ist, kann morgen schon wieder völlig veraltet sein. Aber ist nicht dieses immer mehr haben wollen eigentlich ein Schrei nach einem ganz anderen Bedürfnis? Nach echtem Frieden? nach Ruhe und Gelassenheit? Ist nicht jede Sünde ein Schrei nach innerem Frieden? Diesen Frieden kann nur Gott geben. Wir brauchen echten Luxus, den wir bei Jesus bekommen, Frieden mit ihm, Frieden mit Gott, ein echter Sattmacher. Die Menschen in unserer Geschichte, sie haben das noch nicht kapiert. Sie wollen Jesus zu ihrem Brotkönig machen. Und zum einen kommt das bei den Römern damals überhaupt nicht gut an. Sie würden es als einen Aufstand sehen und ein Aufstand, wo sich selber jemand zum König erklärt, ist ganz schlecht für die Ordnung im Römischen Reich. Sie würden das zerschlagen, eventuell sogar mit roher Gewalt. Dann lese ich zur Zeit 1. Samuel und in 1. Samuel 8, Verse 10 bis 18, wir brauchen es jetzt nicht aufschlagen, da wird beschrieben, was ein König eigentlich macht in seiner Herrschaft. Das ist die Stelle, wo das Volk Israel einen König fordert und kurz danach wird auch Saul als erster König von Israel eingesetzt. Ich möchte es einmal kurz zusammenfassen, was dort steht. Der König wird eure Söhne und Töchter als Bedienstete nehmen, er wird sich eure besten Plantagen und Weinberge und Weizenfelder für sich beanspruchen, er wird den besten Ertrag, den ihr habt, für sich beanspruchen und so weiter. Also im Grunde genommen nimmt er ihnen den Luxus wieder weg. Und dann haben die Menschen noch gar nicht gefragt, was eigentlich Jesus dazu sagt. Jesus möchte Schluss machen mit dem Wohlstandsdenken. Dies kommt zum Ausdruck, indem er einfach weggeht. Er geht einfach weg, er zieht sich zurück, nimmt sich eine Auszeit, um zu beten mit seinem Vater im Himmel. Das bringt mich zum zweiten Punkt, die göttliche Sichtweise, sein Ziel auf Erden. Lesen wir nochmal in Lukas 9, Verse 18 bis 22. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, und andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden, von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag tagt auferweckt werden. War Jesus nur ein besonderer Mensch? Über die erste Frage, die Jesus hier stellt, habe ich gerade eben schon ein bisschen ausführlicher gesprochen und und die Jünger beantworten ihm die Frage genau so, dass Jesus ein besonderer Mensch ist. Die Leute haben erkannt, dass Jesus was Besonderes ist, aber sie haben nicht genau erkannt, wer er wirklich ist. Johannes, der Täufer, war jemand Besonderes, Elia war jemand Besonderes, die Propheten waren etwas Besonderes und alle hatten einen besonderen Auftrag, ein besonderes Ziel und eine besondere Beziehung auch zu Gott. Aber Jesus reicht das noch nicht. Er geht noch einen Schritt weiter. Er möchte, dass wir verstehen, wer er wirklich ist. Er muss seine Frage noch mal präziser stellen. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Jesus legt jetzt den Fokus auf dich. Für wen hältst du Jesus? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Und welche Beziehung führst du mit ihm? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Jesus kam auf diese Erde, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen um sich der Menschen anzunehmen, der verlorenen Menschen anzunehmen. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist am Kreuz gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden. Das war das Wichtige, das war sein Ziel hier auf Erden. Und Jesus bespricht es mit seinem Vater im Gebet, sodass er wieder Ruhe und Gelassenheit bekommt, dass er eine Neuausrichtung seiner Gesinnung bekommt. Und diese Botschaft hat ein Ziel auch mit uns Menschen. Lesen wir dazu mal Johannes 3 Vers 16 und 17. Johannes 3 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das, was Gott hier anbietet, ist ein Geschenk. Wenn Kinder Geschenke bekommen, dann können sie es in der Regel kaum erwarten, dieses Geschenk jetzt auszupacken und hinein zu schauen, was ist da drin. Jesus streckt dieses Erlösungsgeschenk heute jedem hin. Nimm es und mach es auf. Und das Einzige, was wir dazu tun können, was wir dazu beitragen können, ist dieses Geschenk anzunehmen und es auszupacken. Dabei bekenne ich, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben und sage dieses Jesus. Ja, das ist das Erlösungsgeschenk, was Jesus den Leuten schenken möchte. Ich weiß aus meinem Leben, dass ich dieses Geschenk schon öfters angenommen habe. Aber oftmals ist es so, dass ich in meinem Alltag einfach so in den Tag hineinlebe und am Abend erst merke, oh, ich sollte dieses Geschenk wieder annehmen. Wie viel Zeit lasse ich oftmals verstreichen, bis ich dieses Geschenk wieder annehme? Wenn Sünden geschehen, kann ich es sofort annehmen. Dass wir sündigen, ist nicht der Normalzustand. Aber wenn wir sündigen, dann dürfen wir das Geschenk direkt annehmen. Lass in deinem Leben nicht zu viel Zeit verstreichen, bis du dieses Geschenk von Jesus annimmst. Und dann ist der Weg frei, Jesus nachzufolgen. Lesen wir nochmal Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und das, was ich jetzt so gesagt habe, das wiederholt sich jetzt nochmal ein bisschen, nur dieses Mal aus einem anderen Blickwinkel. Ab jetzt erzählt Jesus, wie man richtig nachfolgt, wie man es richtig macht. Schauen wir uns zunächst das Wort verleugnen an. Und ich glaube, am besten können wir uns dieses Wort vorstellen, indem wir uns eine andere Geschichte in der Bibel anschauen. Eine weltbekannte Geschichte eigentlich. Weil nämlich genau dieser Petrus, der gerade eben noch gesagt hat, du bist der Christus Gottes, genau er verleugnet Jesus. Noch er, der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Lesen wir mal die Geschichte. Ich habe sie mir rausgesucht im Lukas Evangelium, Lukas 22, 54 bis 62. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, was er zu ihm gesprochen hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir sollen uns also verleugnen. Wir sollen uns also selbst nicht mehr kennen. Petrus hat es hier in dieser Geschichte gesagt. Ich kenne ihn nicht. Nun, was können wir sagen über eine Person, die wir kennen? Was könnte ich zum Beispiel über meinen besten Kumpel sagen? Oder was kann eine Ehefrau über ihren Ehemann sagen und umgekehrt? In welchen Punkten liegen die Schwächen und Stärken des Charakters? Welche Themen begeistern ihn und welche sind für ihn unwichtig? Ja, was sind seine Vorlieben? Mit was beschäftigt er sich in seiner Freizeit? Welche Bedürfnisse hat er? Das alles kennt man doch von dieser Person. Hingegen, was kann ich über eine Person sagen, die man nicht kennt? Nichts. Ich kann noch nichts sagen über ein Kind, das noch nicht geboren ist. Das kann ich nichts sagen. Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Auslegung lesen von Wilhelm Barclay. Wenn wir uns selbst verleugnen, so heißt das, ich kenne mich selbst nicht. Es heißt, das eigene Vorhandensein nicht beachten. Es heißt, unser Selbst zu behandeln, als existiere es nicht. Für gewöhnlich behandeln wir uns, als wären wir selbst weit und breit das Wichtigste auf dieser Welt. wenn es in unserem Predigt heißt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, dann heißt es unter anderem, dass wir die Dinge, die wir besitzen, als nicht wertvoll erachten. Denn sobald diese materiellen Dinge wichtiger sind, uns wichtiger sind, als die Beziehung zu Gott, können wir keine echten Nachfolger von Jesus sein. Ich möchte diesmal mit einem harmlosen Beispiel verdeutlichen. Stellt euch vor, es kommt eine Missionarsfamilie nach Deutschland und sie machen ihren Heimaturlaub, also ein Jahr sind sie in Deutschland und gehen danach wieder zurück in ihr Missionarsland und die Familie muss sich vielleicht erst wieder so ein bisschen zurechtfinden hier in Deutschland und ja sie wissen vielleicht wo sie wohnen aber sie brauchen ganz dringend ein Auto. Würdest du ihnen das Auto, dein Auto zur Verfügung stellen? Wir selbst leben ja schon länger in Deutschland und können vielleicht mit Bus und Bahn fahren, wir haben vielleicht andere Leute, die wir kennen, mit denen wir mitfahren können, wir haben ein Fahrrad und sonstige Möglichkeiten. Wären wir bereit, unseren Luxus abzugeben, wenn Gott es braucht, wenn Gott diesen Luxus oder wenn Gott unsere Güter braucht? Wir haben in der Bibel ein weiteres Beispiel, der alles verloren hat. Die Rede ist von Hiob. Hiob hat wirklich alles verloren. Er hatte keinen Besitz mehr, keine Familie und doch kann er sagen, mein Erlöser lebt. Wir würden keinem diese Situation wünschen und ich möchte auch nicht, dass ihr das falsch versteht, weil Besitztümer zu haben ist nicht falsch, aber wenn sie uns wichtiger werden für eine als die Beziehung zu Gott, dann haben sie ihren Sinn verfehlt. Sich selbst verleugnen heißt, ein Leben in völliger Abhängigkeit von Jesus zu leben. Das heißt, seine Bedürfnisse, also Jesus Bedürfnisse höher zu achten als die unseren. Das hört sich jetzt so an, als ob es in unserem Leben noch viele Baustellen gibt. Dinge, die wir in unserem Leben ändern müssen, wo wir eine andere Betrachtungsweise entwickeln müssen, zu dem, wer wir sind und was wir haben. Und ja, diese Baustellen gibt es. Und die Messlatte liegt hier sehr hoch. Und ich selbst kann diese Messlatte auch nicht erfüllen. Und wenn wir jetzt probieren und wir nehmen uns vor, ab morgen tue ich diese oder jene Sünde nicht mehr, ab morgen erzähle ich nur noch Gutes über die Person, dann ist das Gesetzlichkeit und wir werden es nicht schaffen, wenn wir uns selbst diese Gesetze aufbürden. Gesetzlichkeit wird uns an diesem Punkt nicht weiterhelfen. Wir können dadurch den Maßstab nicht erfüllen. Wir haben also ein echtes Problem. Zum einen können wir den Maßstab aus eigener Kraft nicht erfüllen und zum anderen sollen wir aber verändert werden, sollen wir uns ändern. Und Jesus bietet jetzt hier eine Hilfestellung an. Lesen wir nochmal Vers 23, Lukas 9, Vers 23. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was heißt es also nun, sein Kreuz auf sich zu nehmen täglich? Wenn wir unser Kreuz auf unsere Schulter nehmen und unseren Blick so wie Jesus verändern, Jesus hatte den Blick genau auf Golgatha gerichtet. Wenn wir den gleichen Blick entwickeln, wenn wir auf Golgatha schauen, dann kriegen wir ein anderes Verständnis für die Dinge um uns herum. Ich möchte das einmal verdeutlichen mit einem Ziel. Wenn wir Menschen uns ein Ziel setzen, dann versuchen wir das auch zu erreichen. Wir überlegen uns, welche Schritte wir gehen müssen, dass wir am Schluss dieses Ziel erreichen. Wir denken oft über dieses Ziel nach. Wir denken ja auch darüber nach, was es uns bringt und wie schön es ist, was wir dieses Ziel dann doch erreicht haben. Wenn jemand zum Beispiel konsequent abnehmen möchte, dann wird er ja Sport machen und seine Ernährung umstellen zum Beispiel. Unser Ziel, das Ziel der Gläubigen ist es doch, Jesus nachzufolgen und ihm dabei immer ähnlicher zu werden, ihm zu dienen. Und das Schöne daran ist, dass Gott es ist, der uns verändert. Ich möchte hierzu zwei Bibelstellen lesen. Die erste steht in Philippa 2, Vers 13. Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der in uns das Wollen vollbringt. Und dann noch Römer 12, Vers 2. Und passt passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier steht, sondern lasst euch verändern in eurem Wesen. Und das Einzige, was wir dazu beitragen können, zu dieser Veränderung, ist die Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung zu treffen für ihn und zwar täglich. In Lukas 9, Vers 23 heißt es ja, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen täglich. Wie kann das nun praktisch aussehen? Ich habe das eine Zeit lang so gemacht, dass ich am Morgen gebetet habe, Vater, dieser Tag gehört dir. Führe und leite du mich bei dem, was ich auf der Arbeit tue, bei dem, was ich sage, bei dem, wie ich meine Freizeit danach gestalte. Verändere du mein Denken. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das auch mal ausprobiert. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus uns verändert, dass Gott uns verändert. Ich glaube, dass unser Blick dadurch verändert wird. Dass wir den Blick kriegen wie Jesus, der vom Himmel herabkam und sich den Menschen zuwandte, den anderen Menschen um sie uns herum. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, Jesus nachfolgen aber wie? Und Jesus wünscht sich diese echten Nachfolger, die zu ihm kommen, täglich. Uns kostet die Nachfolge alles. Und aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Aber Jesus gibt diese Hilfestellung, dass er uns verändern wird, wenn wir dazu bereit sind. Amen.